Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Orangenblütengelee mit Champagner. Ein schöner, kulinarischer Ausklang nach einem guten Essen. Für sechs Personen werden folgende Zutaten benötigt. 100 Gramm Zucker, Viertelliter Wasser, 10 Blatt weiße Gelatine in 0,2 Liter Wasser eingeweicht, 0,35 Liter trockenen Schaumwein, Handvoll frischer Orangenblüten, Ovaler Teller. Folgende Utensilien werden benötigt. Topf, Schüssel, Feinsieb, Schneebesen, Parfaitform, Küchenfolie aus Kunststoff. Zubereitung Die Gelatine in Wasser einweichen. Einen Sirup aus Viertelliter Wasser und 100 Gramm Zucker herstellen. Diesen Sirup fünf Minuten kochen lassen. Den Topf vom Feuer ziehen und die Gelatine gut ausdrücken. In diesen Sirup Gelatine und eine Handvoll frischer Orangenblüten geben. Diese Flüssigkeit ca. 10 Minuten durchziehen lassen und danach durch ein Feinsieb in eine Schüssel gießen. Den Sekt dazu geben und mit einem Schneebesen gut verrühren. Den Inhalt der Schüssel in eine Parfaitform gießen und mit Folie abdecken. Über Nacht kalt stellen. Zum Servieren die Parfaitform auf einen ovalen Teller stürzen. Diese Varianten gibt es. Rosenblütengelee mit Champagner. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Krisenquart Inhalt der Spann Map – 1ヴils